Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Geht noch eine tolle Nacht. Kommt hier mal nach Meister wohnen, wenn Kater mal ist. An Wimper und an Boden wird der Risch geküsst. Hier fehlt sich ein Mädchen und auch seine Frau in unserem Städtchen küsst man in Jo-Jau. In unserem Städtchen küsst man in Jo-Jau. Liebe Herren und Herren, unser Dank gilt natürlich auch unserem Prinzenpaar, seiner Tolletät, Prinz Dirk I. und ihrer Lieblichkeit, Prinzessin Daniela I., die uns heute wieder so wunderbar an diesem Abend regiert haben. Unserem Prinzenpaar, ein dreifach tolles Jo! 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 Ja, liebe Narrennern, und wenn Sie jetzt auf die Uhr schauen, dann werden Sie sicherlich feststellen, viele schöne Stunden sind vergangen. Hey! 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 Schöne Stunden sind vergangen, all die der schönen Tage sind vorbei. Morgen wird zu Sparen angefangen, nächstes Jahr sind wir wieder dabei. Darum wir heut' auf Wiedersehen, einmal müssen wir noch auseinander gehen. Darum wir heut' auf Wiedersehen, im letzten Jahr wird's wieder schön. Alles Schöne geht nun mal zu Ende, auch das große Spiel der Nahe Teil. Wackeln denn auch heut' noch mal die Wände, Aschermittloch ist alles vorbei. Darum wir heut' auf Wiedersehen, einmal müssen wir noch auseinander gehen. Darum wir heut' auf Wiedersehen, im nächsten Jahr wird's wieder schön. Darum wir heut' auf Wiedersehen, einmal müssen wir noch auseinander gehen. Darum wir heut' auf Wiedersehen, im nächsten Jahr wird's wieder schön. Liebe Damen und Herren, unser Dank gilt natürlich auch allen ungenannten Helfern. Was? Was ist das? Ich glaube, es geht Ihnen um einen Hörger, als ich nicht mit dem Schöne Hahn sterbe rauskomme. Wie ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020